Heute darf ich dir ein ätherisches Öl vorstellen, das für seinen bezaubernden Duft und auch seine beruhigenden Eigenschaften bekannt ist und darüber hinaus gehört es zu meinen absoluten Lieblingsölen. Und zwar sprechen wir über Neroli Öl. Dieses exquisite Öl hat ein süßes, ein aber auch frisches und blumiges Aroma, das sehr häufig in der Parfumherstellung verwendet wird. Der Duft von Neroli ist nicht nur angenehm, sondern hat auch eine entspannende und lindernde Wirkung, die helfen kann Stress abzubauen und das emotionale Gleichgewicht zu fördern. Viele Menschen empfinden den Duft als beruhigend und gleichzeitig stimmungsaufhellend, was ihn zu einer sehr beliebten Wahl für den täglichen Gebrauch macht. Neroli wird aus den Blüten des bitterorangen Baums in zum Beispiel Ägypten gewonnen. Aus diesem Baum, der bitterorange, werden übrigens drei verschiedene ätherische Öle gewonnen. Orange aus den Orangenschalen, Pettigrain aus den Blättern und aus den Zweigen und eben Neroli aus den wunderbar weißen Blüten des Baums. Nehrreicher Boden und auch sonniges Wetter viele Sonnentage kombiniert mit hohem Fachwissen im Bereich Anbau und Destillierung machen, zum Beispiel Ägypten, zu einem der Hauptproduzenten von Neroliöl auf der Welt. Neroli beziehungsweise bitterorangen Blüten sind übrigens auch für Bienen eine Hauptquelle an Nektar und doTERRAs Beschaffungspartnerinnen betreiben das einzige organische Bienenzuchtprojekt in ganz Ägypten. Wahnsinn, oder? Daher ist es besonders schön, dass die Bäuerinnen und Bauern in Ägypten mit organischen Mitteln von doTERRA ausgestattet werden, um den Einsatz chemischer Pestizide so gut es geht zu verringern in der Produktion. Bei doTERRA wird Neroli ausschließlich als Touch-Roll-On angeboten, was super viele Vorteile bietet. Der Roll-On ist bereits mit fraktioniertem Kokosöl verdünnt, sodass du das Öl direkt auf die Haut auftragen kannst, ohne es vorher selbst mischen zu müssen. Du kannst es auf die Pulspunkte auftragen, Handgelenke etc. Das macht es sehr sehr praktisch für die tägliche Hautpflege, als tägliches Parfum und eben auch zur Förderung des emotionalen Wohlbefindens. Der Touch-Roll-On ist zudem so handlich, dass du ihn eben auch problemlos in der Handtasche oder in der Hosentasche mitnehmen kannst, so als Duft für jeden Tag und du hast ihn immer griffbereit, egal wo du gerade bist. Einer der bemerkenswertesten Eigenschaften von Neroli ist auch die Fähigkeit, die Haut zu regenerieren. Es ist ein super gutes Hautöl. Es eignet sich zur Verbesserung, also zum Auftragen. Es unterstützt ein gutes Hautbild, die Verbesserung des Hautbildes und kann auch zur Behandlung von Unreinheiten oder auch Linderung von Hautirritation helfen. Also du kannst es tatsächlich auch auf die Gesichtshaut auftragen. Aber wie gesagt, du kannst Neroli auch so wie ich als täglichen persönlichen Duft nutzen, um eine natürliche Alternative zu synthetischen Parfums zu verwenden und gleichzeitig eben von der entspannenden Wirkung zu profitieren. Und hier mischst du es am besten mit anderen Blütenölen, wie zum Beispiel Jasmin oder auch einem Lavendel. Ich trage sehr sehr gern zum Beispiel einfach zwei Roller parallel auf und streiche mir hier so diese Bahnen ab, wo ich eben den Duft haben möchte. Das kann ich euch sehr empfehlen. Viel Freude beim Ausprobieren dieses ganz, ganz besonders kostbaren Schatzes.